Hallo, wir können uns hier schnell wieder zusammenlegen. Wir können noch mal zusammenlegen. Wir müssen zusammenlegen. Aufsendam erlebte die erste Mittezeit im 17. Jahrhundert, da hier über dieses Jahrhundert das gräubende Zeitalter geplant. Aufsendam war zu derzeit die wichtigste internationale Hafen- und Handelsstadt. Wir machen den Stanley Undy. Oh, ich hab's ge- Ich war's nicht echt. Ich bin ein Wartiger. Er hat sich nicht mehr die Wartiger Zeit anziehen. Ich war's nicht in der Zeit, Mittal in den Europäischen Landschaft. Ich war's nicht mehr. Denn der Jahrhundert ist, wenn wir das so sehr leben, der so-kannt ist. Es war das, was das? Ja, in der Zeit in dieser Zeit. Erst, zwei Jahren? Dann dachte ich mich nie. Komm, komm, komm. Wir kommen nach. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. mit Spices, Porzo, Precious Stones, and Textiles. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das Haus. Das ist das Haus. Die Stecken. Das ist das Haus. Das hat das Haus. Die Stecken. Das ist das Haus. Das war's. Die Stecken. Wenn man nicht mehr so kann, Die Stadt ist ein guter Weg, damit die Stadt nicht mehr so einfach. Die Stadt ist ein guter Weg. Auf der Seite wird der Monteldaunce ein пропelmittel. Die Stadt ist ein gutes Versuch. Es ist ein guter Weg. Es ist ein guter Weg. Es hat den Stadt als die Stadt nicht mehr als dieppingen. Das ist ein gutes Weg. Um es zu ein bisschen versuchten. Es ist ein gutes Weg. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Die Vereinigten Ostindische Handelskompagnen, während Schäfer nach Asien fuhren.